Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Eine Mischung aus grünen Landschaften und Schnee. Dann bringen wir das schnell hinter uns. Dann kann ich wieder schnell zurück nach Datum hier. Cordova und die Zeffo sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß sogar nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Zeffo besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt es viel zu lernen. Viel Glück. Zeffo. Hier hat die alte Kultur gelebt. Da rein. Baufälliger Hangar. Was hast du? Lagerkiste. Lagerkiste. Die Hälter besteht aus einem schweren Metall, das den starken Winden auf Zeffo mühelos standhält. Neues Poncho-Material erhalten. Bravo. Klopfen wir mal an der Seite. Ach, eine Sturmtruppe. So, das ist kein Problem. Aufpassen, BD. Sieht aus wie so ein... Ne, ich wollte gerade schon sagen, eine Wump-Ratte. Danke, BD-1. Danke, BD-1. Kerl, kannst du mich hören? Imperium, sie haben Zeffo. Wären sie der Mantis gefolgt, hätten sie uns schon längst umzingelt. Suchen sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Ich versuche jetzt ein bisschen zu sehen. Es gab viele Missionen für das Imperium. Auf Lofel gab es ja diesen Tempel, der so eine Dimension öffnete zwischen der Macht und dem Leben. So hat Espa auch zum Beispiel Ahsoka Tano wieder zurückgeholt. Oh, das wird den Gräber, wird wahrscheinlich eine neue Mission sein. Scout Troopler, Elektrostab. Auch verschlossen. BD, sie wollen hier uns nicht haben. Au. Man merkt, dass ich nicht der Poliermeister bin. dafür dass es eigentlich verlangsamen soll bringt ja nicht wirklich was denn wie gesagt die drehen sich immer mit du bist eigentlich still stehen muss in den fokus gehen jetzt sind wir drinnen abkürzung freigeschaltet drum tropen ja dieses mit den gräbern wird wahrscheinlich eine mission sein die auch vom imperator befohlen wurde wahnung dieser bereich ist gesperrt imperialer code 94364 kein verkauf oder handel verlassenes dorf scouts truppen bloß nicht entdecken lassen blasterfeuer blasterfeuer getrennt war es im e3 gegenpel nicht noch so dass man auch gesehen hat was passiert ist da flog gerade ein teil wir müssen da lang so ein leichter sprint nach vorne wäre hilfreich so ein kleines beitrag aber da Wir werden problemlos gewinnen. Meinst du? Kichigkeitspunkt. Kichigkeitspunkt. Du fehlst was? Kann ich mir vorstellen. Du bist erledigt, Jedi. Und der schützt niemals einen Jedi. Hier kommst du nicht mehr raus. Da kommt noch mehr. Gleich haben wir ihn. Das hat hier Dark Souls Ausmaße. Geht doch. Scout-Truppler-Kommandeur. So, der ist gesperrt. Das sind alles Lügen. Bezeichnung für die Sefu. Angtho. Haben da die Sefu gelebt? Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge, Faschifte in Arbeitslager und Schlimmeres. Vertreibung. Ja und später auf Kashyyyk. Da wurden die Wookies dazu verdonnert, beim Bau des Todsterns zu helfen. Wir müssen da drauf. Hier drauf müssen wir. Oh, da ist ja noch eine Sturmtruppe. Das war ich auf jeden Fall wo es lang geht. Das war ich auf jeden Fall. Das war ich auf jeden Fall. Ich kann euch auf jeden Fall sehen. Alle Truhe. Schau nach Bidi. Lichtschwert Hülse, Pflicht und Entschlossenheit. Was ist das nicht, nächste Macht Echo? Ich, dich auch. Ich, dich auch. Ja. Ich, dich auch. Achrien, b 있는데. Oke. Ich, dich auch!